Hab keine Angst, Luisa. Mama, Hunger, jammert Luisa, die auf Steffis Bett liegt, mit weinerlichen Babystimme. Mama, Hunger! Und zum Zeichen, dass es ihr ernst ist, strampelt sie dabei mit den Beinen wie ein richtiges Baby. Ja, mein Kleines, sagt Steffi beruhigend und streichelt ihr über die Haare. Du bekommst ja gleich dein Brei. Mama muss ihn erst noch kochen. Steffi zieht ihre rote Schürze an und macht sich eifrig daran, in ihrer Puppenküche einen leckeren Babybrei anzurühren. Sie nimmt dazu zerkrümmelte Salzstangen und vermischt sie mit Apfelsaft. Luisa verzieht das Gesicht, als sie von Mama Steffi gefüttert wird. Du musst doch spielen, dass es dir gut schmeckt, erinnert sich Steffi. Und Luisa schluckt tapfer zwei Löffel Salzstangen-Apfelsaft-Brei herunter. Mama, satt! Sagt sie dann schnell und dreht den Kopf zur Seite. Mama Steffi wischt ihr mit dem Letzchen den Mund ab. Luisa und ihre Freundin Steffi spielen Mutter und Kind. Steffi ist die Mama und Luisa das Baby. Der erdachte Papa ist bei der Arbeit. So, mein Baby, jetzt lese ich dir noch eine Geschichte vor und dann kannst du gut schlafen, sagt Steffi. Sie holt ihre dicke Kinderbibel aus dem Regal, setzt sich ans Bett und fängt an zu lesen. Es war Abend. Der Herr Jesus saß mit seinen Jüngern am See Genezareth. An diesem Tag waren sehr viele Menschen zu ihm gekommen und der Herr war jetzt müde. Da sagte er zu seinen Jüngern, kommt, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie stiegen alle ins Boot und fuhren auf den See hinaus. Der Herr Jesus aber legte sich ins Boot und schlief ein. Plötzlich wurde der Wind heftiger und die Wellen schlugen an das Boot, sodass es hin und her geworfen wurde. Die Jünger hatten große Angst. Wo war der Herr? Er schlief immer noch. Die Jünger rüttelten ihn wach und schrien, Hilfe, wir gehen unter. Da stand der Herr Jesus auf und rief zu dem Sturm, sei still. Und der Sturm hörte sofort auf. Und auch die Wellen schlugen nicht mehr gegen das Boot. Warum hattet ihr denn solche Angst? Fragt der Herr seine Jünger. Ich bin doch bei euch. Die Jünger waren erschrocken und flüsterten. Sogar der Wind und die Wellen geräuschen ihm. Mama Steffi legt die Kinderbibel zur Seite und deckt ihr Baby Luisa gut zu, damit er schlafen kann. Die beiden sind schon den ganzen Nachmittag in ihr Spiel vertieft. Alles soll möglichst echt sein. Sie merken gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht und dass es draußen schon anfängt, dämmerig zu werden. Ach du Schreck, sagt Luisa auf einmal, als sie auf die Wanduhr über Steffis Bett schaut. Ich soll spätestens um sieben Uhr zu Hause sein. Da muss ich mich aber beeilen. Es ist schon fünf vor sieben. Na, wenigstens aufräumen können wir noch zusammen, sagt Steffi und findet es schade, dass die Spielzeit schon wieder zu Ende ist. Na klar. Luisa rollt sich vom Bett und sortiert Schnuller, Strampelanzug, Rassel und andere Babysachen in die Schublade. Steffi räumt in der Zwischenzeit die Puppenküche auf. Jetzt muss ich aber wirklich los, sagt Luisa und holt sich ihre Jacke. Steffi geht noch mit zur Haustür. Puh, der Wind weht aber ganz schön stark, sagt sie, als sie nach draußen sieht. Luisa steckt auch den Kopf durch die Tür und es wird ihr etwas mulmig. Tschüss, bis morgen, sagt sie zu Steffi und macht sich eilig auf den Heimweg. Es ist eigentlich gar nicht weit bis nach Hause. Nur den Strauchweg entlang, um die Ecke auf die Steinstraße, dann an der großen Tannenhecke vom Nachbar Paulsen vorbei und nach ein paar Metern steht man schon vor Luisas zu Hause. Normalerweise ist das nicht weit und Luisa ist den Weg schon sehr oft gelaufen. Doch heute ist das irgendwie anders. Der Wind bläst so arg und am Himmel ziehen dunkle Gewitterwolken auf. Luisa zieht die Kapuze über den Kopf und geht langsam den schmalen Strauchweg entlang. Da, es hat geblitzt! Luisa hält sich schnell die Ohren zu, damit sie den Donner nicht hört. Doch sie hört es trotzdem rumpeln. Da, schon wieder ein Blitz! Luisa hat plötzlich richtig Angst und läuft in der Steinstraße schnell den Berg hinunter. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Nein! Ich bin doch gleich zu Hause, denkt sie und versucht sich selbst Mut zu machen. Es ist gar nicht mehr weit. Sie kommt an der großen Hecke von Paulsens vorbei, die sie selbst bei Tageslicht unheimlich findet, weil alles so verwildert und riesig ist. Und außerdem hat Herr Paulsen einen großen schwarzen Hund, der jeden anbellt, der vorbeiläuft. Luisa fürchtet sich sonst nicht so sehr von dem Hund, weil er immer angekettet ist und sowieso hinter der Hecke steht. Aber heute, so im Halbdunkeln und bei Gewitter, da hat sie doch Angst. Prompt fängt der Köter an laut zu bellen und Luisa zuckt zusammen. Sie geht auf die andere Straßenseite und läuft ängstlich weiter. Da! Es hat schon wieder geblitzt! Luisa zieht die Kapuze noch fester um den Kopf. Doch plötzlich... Hallo, Luisa! ruft eine sehr bekannte Stimme. Papa! Luisa freut sich. Sie wirft sich Papa in die Arme und drückt ihn ganz fest. Na, mein Mädchen, sagt Papa verständnisvoll. Ich wollte doch mal sehen, ob du bei diesem Wetter gut nach Hause kommst. Deshalb bin ich dir entgegengegangen. Danke, Papa, sagt Luisa erleichtert. Das war eine wirklich gute Idee. Sie hält Papas Hand ganz fest und bemerkt kaum noch den Blitz und den Donner und auch das Hundegebell macht ihr gar nichts mehr aus. Sie muss an die Geschichte denken, die Steffi ihr vorgelesen hat. Die Jünger hatten auch große Angst. Doch der Herr Jesus hat ihnen geholfen und gesagt, dass er immer bei ihnen ist. Sie brauchten sich deshalb nicht zu fürchten. Luisa wird nun etwas klar. Ich hätte eigentlich gar keine Angst haben müssen, sagt sie verlegen zu Papa, denn der Herr Jesus ist ja immer bei mir, auch wenn du mal nicht da bist. Das stimmt, mein Mädchen, versichert Papa. Daran kannst du immer denken. Vergnügt rennt Luisa mit ihrem Papa durch den Regen nach Hause. Vergnügt rennt Luisa mit dem Regen nach Hause.